Eine Zornesfaltenbehandlung, wie wir hier die sehen, Botulinumtoxin stattfinden, sondern auch mit Hialuronsäure. Es sollte auf jeden Fall immer durch einen Facharzt für plastische, sirdische Chirurgie durchgeführt werden. Das ist das Minimumkriterium, das wir hier ansetzen. Und wenn man die Behandlung in der richtigen Schicht mit der richtigen Konzentration durchführt, dann wird man mit Sicherheit ein schönes und perfektes Ergebnis hinbekommen. Natürlich benötigt es noch ein bisschen Zeit, aber man sieht jetzt schon, wie schön das Ergebnis im Soforteffekt da ist. Und nach 14 Tagen haben wir hier ein perfektes Ergebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017